Ok, das ist jetzt mein Essen, Steakfleisch, Rinderfleisch, Reis, Brokkoli, Gari, Ingwer und das möchten wir wieder schnell, fit, yes, hauptsächlich nur asiatisches Essen, hauptsächlich, ja, hey, ich muss ja erstmal wieder gesund werden und ein gutes Essen bringt gleich den Körper fit wieder und zweitens, ja, wenn ich wieder gesund bin, muss ich auch wieder leistungsfähig sein, ja und jetzt, wenn ich so systematisch muss so kleine Aufgaben, Steuentagen und einen kleinen Clip drehen oder so und jenes machen, dann hoffe ich, dass mein Burnout bekämpft wird, mit meinem großen Ziel, nach vorne zu gehen